Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Immobilienbesichtigung. Mein Name ist Stefanie Leiner und wir schauen uns heute gemeinsam eine 96 Quadratmeter Wohnung im Zentrum von Schwächert an. Kommt weiter! Die Wohnung verfügt über drei Zimmer, wie gesagt fast 100 Quadratmeter, also es wäre sehr einfach möglich auch eine Vierzimmerwohnung daraus zu machen, wenn man hier eine Wand einzieht. Die Wohnung verfügt über eine sehr hochwertige Ausstattung. Schaut euch mal diesen Boden an. Da sieht man sofort, dass das nicht 0815 ist. Die Küche ist eine richtige Designerküche. Bitte schaut euch dieses Kochfeld an. Jetzt muss ich euch noch den Kühlschrank zeigen. So was hätte ich nämlich auch gerne zu Hause. Ein LG Kühlschrank. So, da geht das auf. Riesengroß. Sogar mit Eisbärfüllmaschinen integriert. Toll, oder? So, jetzt gehen wir zurück ins Vorzimmer. Ah, bevor ich, das wollte ich noch erwähnen. Es gibt hier auch einen Anschluss für einen Kamin. Und hier geht's dann ins Vorzimmer. Zum Vorzimmerzentralbegeber ist einmal der Abstellraum, die Toilette und das Badezimmer. Badezimmer mit Dusche und mit Handtuch wärmer. Und hier sind dann die zwei Zimmer. Hier sieht man dann in den Hof. Das ist ein sehr großer grüner Innenhof. Alle Fenster verfügen übrigens über Außenrollos. Und hier ist dann das Schlafzimmer. Also die beiden Zimmer sind wirklich sehr großzügig geschnitten. Da hat man viel Platz für ein großes Bett, für einen Kasten. Da bringt man wirklich alles unter. Die Wohnung befindet sich im ersten Stock mit Lift und ist, wie gesagt, im Zentrum von Schwächert. Genauer gesagt am Hauptplatz. Es ist also alles sehr bequem zu Fuß erreichbar. Alle Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, öffentliche Verkehrsmittel. Also man ist in fünf Minuten am Bahnhof. Die Bushaltestelle ist direkt vor der Tür. Schulen, Kindergärten. Es ist alles hier vorhanden. Also man braucht eigentlich, wenn man hier wohnt, gar kein Auto. Schauen wir uns nochmal das schöne Wohnzimmer an, oder? Da lacht jetzt gerade so schön die Sonne rein. Also es ist jetzt gerade Nachmittag. Wir haben jetzt gerade, nur damit ihr euch das genauer vorstellen könnt, wir haben jetzt circa 15 Uhr und das Wohnzimmer ist westseitig ausgerichtet. Und da sieht man hier jetzt schon wieder die Sonnenstrahlen schön reinkommen. Am Boden sieht man es. Das ist eine echte Traumwohnung und sie kann schon bald euch gehören. In der Infobox findet ihr wie immer alle Informationen und ich freue mich auf viele Anfragen. Bis zum nächsten Mal!